Wir alle kennen sie, sie bieten uns Sicherheit und vermeiden tödliche Unfälle mit Passanten. Diese Entenfamilie scheint den Sinn hinter den Zebrastreifen perfekt verstanden zu haben. Besondert in einer Reihe überqueren sie die Straße, die Mutter allen voraus. Ein Passant kann nicht anders und zückt kurzerhand sein Handy. Sowas kommt bekanntermaßen nicht alle Tage vor. Heil und gesund auf der anderen Straßenseite angekommen, geht es dann auch gleich weiter. Wahrscheinlich in den nächsten Supermarkt, sofern sie nicht von einer roten Ampel aufgehalten werden.